Bukka, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. 1912, Prost of Men. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Noch mal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach, sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon noch. Irgendwann. Vermutlich schon. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey! Wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist da drin jemand. Und damit herzlich willkommen zu Bioshock Infinite. Einen neuen Let's Play hier auf dem Channel. Ähm. Ja, ich muss kurz gestehen, wir sind eigentlich schon weiter mit dem Spiel. Ähm. Ich muss nur den Anfang noch mal neu spielen. So die ersten 15 bis 20 Minuten. Bis wir da in diesem Turm drin waren und alles total da. Und wir für erst mal nachkommen. Und weil, ja, die ersten paar Minuten von der Aufnahme total schockt waren. Deswegen muss ich das Ganze jetzt nochmal nachspielen. Aber die andere Aufnahme, ich kriege das quasi so an, dass man das vielleicht gar nicht bemerkt. Den Übergang. Und, ähm, dass wir da einfach den, ja, smoothen Übergang haben. Es fängt wieder bei einem Leuchtturm an, so wie bei den anderen Teilen. Ähm. Ich bin sehr gespannt. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Fass, was wir durchsuchen können. Wir können hier wieder alles durchsuchen und alles opfern. Und meine Presse, wie geil das aussieht. Das Spiel sieht überhaupt geiler aus. So. Was steht hier? Do it. Bring uns the girl. Warte mal. Ähm. Kann das sein, dass... Warte mal. Ich muss mal eben kurz in die... Grafik. Nein, Grafik. Äh, Objektzeichen ein. Das ist... Ja. Ich spiele gerade das an auf einen anderen Account, weil sonst hätte ich den Speicherstand löschen müssen. Und das ist nicht gut. Kampftexte... Kampftexte? Ich schau her und lass das mal so. Ähm. So. Kann ich das jetzt hier lesen? Äh, Entschuldigung. Ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, sie erwarten mich. Nein, 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 nein. Von deinen Sünden wasche dich rein. Viel Glück damit, Kumpel. Ach, leck mich. So. Wir können uns umschauen. Und, ähm... Wie gesagt, ich spiele das auf einen anderen Account gerade, damit ich den Speicherstand nicht löschen musste. Weil sonst hätte ich den überschreiben müssen. Und, ähm... Ja. Wie gesagt, ich muss da jetzt immer hinspielen. Aber ich tue so... Steht man da? Jetzt wäre ich hier noch nicht gewesen. Wo sind wir? Was erwarten Sie hier im Leuchtturm? Was steht da? Seien Sie befreit. Er ist unterwegs. Sie müssen ihn aufretten. C. Was hat der C gesehen? Und wen meint er? Meint er uns? Eine Badewanne. Oh mein Gott. Ein Telefon. Vielleicht jemand erstmal anrufen? Unsere Mama? Unsere Papa? Leitung ist tot. Auf jeden Fall haben wir irgendwelche Musik, die hier gerade läuft. Die ich jetzt erstmal abstellen werde. Weil... Ich kann sie gar nicht abstellen. Weil sie mich gerade nicht stört. Sondern ich wegen der Unheberrechtsverletzung keinen Bock habe darauf, dass da nicht jemand anschreibt. Das Waschbecken benutzen. Juhu. Sogar heißes Wasser haben die hier. Alter. Das ist doch mal ein geiler Arbeitsplatz. Aber man fühlt sich bestimmt hier auch mal ein bisschen alleine, wenn man hier ist. Trotz alledem ist hier irgendwas passiert. Der Tisch ist umgeworfen. Ist es Blut? Ist es Marmelade? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall Kartoffeln liegen auf dem Boden. Hier gab es wahrscheinlich gerade Kartoffeln. Von deinen Sünden wasche ich rein. Und das Wetter draußen ist ja atemberaubend. Obwohl hier draußen bei mir geht es eigentlich nicht. Die Sonne draußen. Hier ist eine Bürste am liegen. Vielleicht wurde jemand erschlagen. Oh mein Gott. What the fuck? It's going on here. Die Söhrer Igel nehmen ihn weg. Die Zigarette glimmt noch. Das heißt, es muss vor ein paar Minuten... Scheiße! Man hat ihn gefoltert. Enttäuschen Sie uns nicht. Er wurde erschossen. Eine Uhr. Mit... 20 nach 1. Ich glaube nicht. Hier ist ein Fass. Das können wir gleich versuchen. Wir nehmen uns die Birne mit. Und wir schauen, was uns oben erwartet. What the fuck ist hier? Keine Tür. Die können wir nicht öffnen. Ich habe das Spiel übrigens auch schon heller gemacht. Aber es ist ein bisschen heller. Ist auch auf YouTube und so. So. Und hier haben wir... die Glocken, die wir läuten lassen können. Äh... Okay. Moment mal diese Karte. Zweimal... und zweimal das Schwert. Was in aller fällt. woher draußen semble ist, in unsererLP forecasted. Wir sind alle. Das war's für heute. Okay. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Oh my god. Dann setzen wir uns mal in den schicken Sessel. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Brüder dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Nein, nein, nein. Verdammt! Achtung! Der Aufschließ beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufschließ. Aufschließ. Okay, Booker. Ganz ruhig bleiben. 5.000 Fuß. 10.000 Fuß. 10.000 Fuß. 10.000 Fuß. Halleluja. Was? Willkommen in Columbia. Oder Columbia, wie man es auch aussprechen mag. Das ist so schön. Das ist so geil. Ich liebe dich immer bei Bioshock. Was? Was? Musik Musik Finde ein Weg in die Stadt Oh mein Gott und damit nochmal herzlich willkommen zu Bioshock Infinite Und der Prophet wird das Volk in das neue Eden führen. Ich drücke nach oben das Navigationssystem zu Ja hier Das Navigationssystem So Oh wie cool das gemacht ist Erstmal hier beklauen alles So Der Spross des Propheten Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die wesentliche die weltliche Gebirge in Flammen holen Boah wie cool das gemacht ist. Ganz ehrlich Richtig geil Und deswegen liebe ich Bioshock weil er es immer so geil in Szene gesetzt Die Story war immer cool Und die Macher von Bioshock sind ja momentan dran ein neues Spiel zu entwickeln Ich bin sehr gespannt Ich lass mich da echt überraschen Wir sind alle hier so fromm Und in meinem Schloss Soll wachsen der Spross des Propheten Wo sind wir? Wo sind wir? Geh nehmen wir auf, das werden wir später genug brauchen Nur wie ihr Dorban Ich segne euch allen So wir haben hier eine hübsche Lady Und wir haben ein Toxophon Ich muss zusehen wie ich hier rauskomme Denn er ist du Aber gäbe es keinen Sünder Wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde Wozu bräuchte man Vergebung? Stimmt allerdings Aber trotzdem Ist das alles nur Schein Wie wir es genau wissen Denn Entschuldigung Wo bin ich hier? Im Himmelfreund Oder dem was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen Solche Fragen behalte ich besser für mich Sonst fliege ich noch auf Gehen wir mal hier schauen Das Lamm Die Zukunft unserer Stadt Ich bin gespannt wie das auch weiter geht Wir sind ja momentan schon ein bisschen weiter im Spiel Ich werde das auch wahrscheinlich dann später noch streamen Oder heute Für dich ist es dann, keine Ahnung Schon gewesen Wenn das Video rauskommt Denke ich mal Und ähm Ja Können wir noch alles nicht suchen Hier ist nichts drin Hier ist auch nichts drin Krass Richtig Cool Ich bin gespannt wie das neue Spiel von dem wird Ich lasse mich da echt verraschen Vor allen Dingen Was uns da erwartet Und dann schauen wir mal Wo es dann hingeht Wo lundet Untertitelung. BR 2018